für den tip-off. Ballbesitz für die Mavericks mit Luka Doncic. Los geht's. Es war wirklich ein kleines wunder, dass die Mavericks das noch geholt haben. Das muss schon wehgetan haben, ja. Ah, stark von John T. Murray. Der Hox diesmal über den Dreier, funktioniert nicht. Aber hier ist der Big Bay, den hatte ich am Anfang angesprochen, dass es ein Spieler ist, auf den man sich auf jeden Fall mal konzentrieren sollte. Ja, Luka Doncic zieht das Foul and one. Jetzt geht er nicht fürs 2-for-1, jetzt spielt er ein bisschen langsamer. Oder so, wer trifft, hat recht. Ist trotzdem kein 2-for-1 jetzt, aber er hat den Dreier gemacht, immerhin. Layup von Trajan verpasst, aber der Ball rollt raus. Auf der anderen Seite mit den nächsten Punkten Top-Scorer der Partie bisher. Kommt schon auf zwölf und schöner Eliup. Trajan mit dem Hesitation Dribble und wieder der Layup zu kurz, aber stattdessen der Dreier für John Collins. Kyrie Irving jetzt mit dem Fast-Break. Oh, schön. Hesitation und dann der Eurostep und Dwight Powell mit dem Put-Back-Dunk. Jetzt ist Maxi zurück. Der soll da ein bisschen aggressiver rangehen. Und John Collins mit dem nächsten Dreier. Und da sind wir auch schon zurück im Spiel. Wie sieht die Antwort der Mavs aus? Wieder das Doppel gegen Luka Doncic. Kyrie Irving für 3 wichtig. Kyrie wird gedoppelt. Stört ihn aber nicht. Stört ihn überhaupt nicht. Wow. Oh mein Gott. 2-Verteidiger, 3-Verteidiger. Ist ihm egal. Anke, so geht's im Korb. Und Javel McGee bleibt auf dem Feld, aber... Das ist gut gespielt. Gut den Ball laufen lassen. Immer noch den extra Pass gespielt. Letzte Chance für die Mavs. Javel McGee. Der passt. Gleich da aus. Wow. Oh, stark. Dejounte Murray. Kein Doppel gegen Terry. Das heißt, der geht alleine. Gut auf McGee abgelegt. Oh. Der hat schon halb reingeschaut. Ja. Trey macht das Spiel schnell, will das Foul ziehen. Stattdessen der Eli Hoop. Christian Wood, Kyrie Irving. Geht zum Korb. Ist das stark. Murray macht nämlich den Einwurf. Das heißt, wir gehen jetzt mit... Okay, wir gehen mit Trey. Okay, Trey an. Gegen Josh Green. Und der Steal. Wir haben einen Foul. 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 Und es sind Freibüffel. Egal ob Trey den trifft oder nicht. So. Hawks plus zwei. Und dann sind sowohl Doncic als auch Kyrie oben. Okay, Kyrie. Vielleicht letzte Aktion. Das ist für Doncic. Schwieriger Ruhe. Rainbow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott war der close. Ich bin nicht dauge, aber aus. Ich bin nicht da zu. Ich bin einst Duos... Vielen Dank.